Wir befinden uns hier im Verhandlungssaal des österreichischen Verfassungsgerichtshofes. Vielleicht ist Ihnen dieser Raum ja aus der Fernsehberichterstattung schon bekannt. Immer wenn der Verfassungsgerichtshof eine mündliche Verhandlung anberaumt, findet sie hier statt. Solche Verhandlungen sind im Übrigen öffentlich zugänglich. Dabei geht es darum, dass die Verfahrensparteien ihren jeweiligen Rechtsstandpunkt darlegen und vor allem die Fragen der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter beantworten. Wie läuft nun aber ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof insgesamt ab? Was geschieht, bevor es hier zu einer mündlichen Verhandlung kommt? Und wie geht das Verfahren nach einer solchen Verhandlung weiter? Am Beginn eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof steht immer ein Antrag oder eine Beschwerde. Der Gerichtshof kann also nicht von sich aus tätig werden. Wenn er nun in dieser Weise angerufen wird, dann wird der jeweilige Fall einem Mitglied des Verfassungsgerichtshofes zur Bearbeitung zugeteilt. Das ist meine Aufgabe als Präsident. Es ist nun aber nicht so, dass dieses Mitglied des Gerichtshofes den Fall dann entscheidet. Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, die Entscheidung vorzubereiten. Dazu wird in einem ersten Schritt den Verfahrensparteien Gelegenheit gegeben, sich zu der Rechtssache schriftlich zu äußern. Um das an einem Beispiel näher zu erläutern, wenn es etwa in einem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof um die Frage der Verfassungsmäßigkeit eines Bundesgesetzes geht, dann ist es Aufgabe der Bundesregierung, in ihrer Äußerung jene Argumente vorzutragen, die für die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechen. Das mit dem Fall betraute Mitglied des Verfassungsgerichtshofes beschafft darüber hinaus die Verfahrensakten und die Rechtsprechung und die rechtswissenschaftliche Literatur zu den Rechtsfragen, die in dem jeweiligen Verfahren eine Rolle spielen. Und wenn all das geschehen ist, dann wird ein Beratungsentwurf ausgearbeitet und gemeinsam mit dem gesammelten Material allen anderen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern übermittelt. Und auf dieser Grundlage wird dann in einer gemeinsamen Sitzung aller 14 Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes unter meinem Vorsitz die Rechtssache beraten und entschieden. Und damit ist das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof dann abgeschlossen. Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof dauern im Durchschnitt rund fünf Monate. Besonders einfach gelagerte Rechtssachen werden mitunter binnen weniger Tage oder Wochen entschieden. Komplizierte Rechtssachen dauern bis zu einem Jahr, vielleicht auch darüber. Beideein Vielen Dank.